und noch nur die Waffe in die Veränderung kein Plan man muss man annehmen die und auf gut ist Vielen Dank. Hm. Aber online ist das schwerste Ziel. Da habe ich mir genau das richtige ausgesucht. Da habe ich mir das richtige ausgesucht hier. Mag ich ja meistens. Wenn ich dann starte in irgendwas, dann mache ich es mir selbst schwer, aber macht ja nichts. Aber hey, schauen wir mal. Vielleicht wären es die ersten und die letzten Gehversuche eines Call of Duty Evers, weil ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Ich habe gedacht, hey, es hat Potenzial, es sieht cool aus. Man spielt, das ist ganz richtig, ganz witzig. Schaut zumindest gut aus, wenn es andere spielen, aber irgendwie wird es anscheinend mega fail. Nur mein erstes und letztes Call of Duty bleiben vielleicht. Ich weiß nicht. Also ich finde es sehr, sehr schlecht von der Steuerung her. Ich finde es sehr, sehr, sehr schlecht. Also keine Ahnung. Da war dieses Evolve, fand ich von der Steuerung schon geschmeidiger. Ich habe ja gesagt, wenn sich in einem Spiel die Steuerung gut anfühlt und es chillig und geschmeidig ist, dann ist mir das egal. Das ist eine normale Story oder irgendwie. Aber wenn es sich so komisch anfühlt. Also wir haben es noch schlechter gemacht, das ist eh schon wahr. Das würde ich nicht sagen. Nur ich hatte bis jetzt jeden Tag nur zwei Stunden Zeit zu spielen. Und in zwei Stunden kann ich nicht wirklich irgendwas sagen, sag ich mal. Aber ich muss sagen, das ist eines der beschissensten Games, die ich immer gezockt habe. So von dem Controller her, von der Steuerung. Sieht nett aus, sieht auch spaßig aus. Und andere Zocken muss ich nun selbst handeln. Da war die Steuerung von Evolve schon geschmeidiger. Das ging so richtig. Ich habe zwar nicht viel getroffen, aber es war halt besser. Da war die Steuerung von Evolve. Das war die Steuerung von Evolve. die ich will bekommst du die alte, bist die erste, könnte hier leider nicht nur Familie geschweigen verwandt ja ich will einfach noch etwas die oberen, weil sie etwas zerstört werden können Hm-hm. um das wird von der Ecke und schießt und tut krass, heftig. Wow. Hatte ich gestern nicht noch eine andere Waffe freigeschaltet? Der ist direkt hinter mir. Wow, unter anderem im Fenster heftig. Wow, was für ein Schmarrn. Die Leute getroffen! Meine alte, wenn mein Bruder nicht will, dann hätte ich vielleicht... Schreibt er nicht zurück. Du hast mir, glaube ich, gestern einmal geschrieben, um 11 oder so. Ich hatte heute gar keine Zeit, sorry. Und ich bin nicht im Teamspeak, ich bin im Raid-Code jetzt die ganze Zeit hier. Du hast mir gestern irgendwann um 11 oder so geschrieben und ich habe doch da gestreamt und danach bin ich ins Bett gegangen. Und heute war ich unterwegs bis eben. Schreibt er nicht zurück. Alter, alter, ich habe doch... Naja, sorry, dann ist ja egal. Alles gut, alles gut, sorry. Ich rücke vor! Der Bot spammt hier die ganze Zeit, falls ihr quatschen wollt, wo er mich erreicht und findet. Ich bin ja da die ganze Zeit im Raid-Call. Und wenn ich in Facebook oder so nicht antworte, dann... Was ist mir ein bisschen Zeit? Sind wir schlafen? Gute Nacht, Gags, gute Nacht, Chat. Oh, leider, okay, jetzt schon. Alles klar, dann schlaf schon, träumen Sie es. Bis zum nächsten Mal. Hey, Keksdose Christi. Wieso denn alte Grafikkarte? Momentan ist er hier eine ganz gute drin, die ich mir ausgeliehen habe. Und die werde ich halt dann mit einem Kumpel abstottern oder so. Ähm, nö. Also hier ist momentan die 87 Ti drin, das passt auf das erste Mal. Die habe ich mir ja aufgeliehen, von einem Kumpel, der sich einen neuen 80er gekauft hat. Die werde ich ihm halt dann irgendwie abstottern, immer so 10, 20 Euro, was ist halt übrig bleibt im Monat. War das, pin zu Ende. Wasp Gedanken hat noch kommen, sondern w tears Haare. Hachso, zwei neue gekauft. Hey G&P grüsz dich, servus oida, wie geht es dir? Heyui, fascist dich, servus oida, wie gehst du dir? Ich, warum, der Team ist hier? Schwerm ohne Metall jetzt! Ich kommício schle antibodies! Das Geräusch steht in den Teilen in dem Wagen hier. Ich versuche immer noch auf den Kopf zu schießen, aber die anderen schießen auf den Körper. Klar, dass sie eine bessere Treffation haben. Also Körper ist wie Kopf anscheinend, einfach Einschuss und Weg bist du. Hey Galaktische Dark Knight, grüß dich! Das gibt's doch nicht, ich krieg keine Abschüsse hin. Was soll das? Hey Tommi, grüß dich, oder? Hey Domdom, sehr schön, dass du auch da bist. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ja, alles bestens soweit, Tommi und selbst. ist denn die 79 im vergleich zu 7 8 ich habe nicht viel gespielt hier gestern gestern mal zwei stündchen heute jetzt eine halbe stündchen die haben irgendwie einiges geändert besser geworden ich versuche noch das zu verstehen mit der steuerung generell das ganze waffen handling also ich habe keine zeit gehabt zu spielen und die spieler jeden tag mit mit zwei stunden schlaf und kann mich nicht konzentrieren aber das ist ja uninteressant macht ja nichts also einfach nur zu deiner antwort ist nicht besser geworden irgendwas hat nils geschieht was verschwinden hey gags ich kann endlich mal wieder zu gucken hey nils grüß dich nicht rum schreien weißt ja ww ach so nice ok ja die willst du einfach wegnehmen oder was die andere 2 80er krank im sli dann wow das hält ja dann ein paar jahre einiges absetzen ok sachen gibt's was somit deinen so viele zu viel umsätze gemacht wegen der immobilien jetzt muss noch was kaufen dass du absetzen kannst nirgendwo nirgendwo machte nichts nils passt ja ich hab sie gelesen ich hab sie gesehen ich weiß ja ich kann ja alles in der gauze gelöst oder nicht wenn ihr auch Ja, ja, theoretisch kenne ich es nicht, theoretisch kenne ich es, praktisch nicht. Ja, 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 ja.